Ja, und damit willkommen zurück bei Let's Play Command & Conquer 3 in Tiberium Wars. Wir sind als Nollie unterwegs und haben jetzt die Aufgabe das Weiße Haus zu erobert, aber zunächst einmal ein paar Erklärungen zu dem Spiel allgemein. Ihr seht hier eine Leistin. Was? Äh, ja, jetzt setzen wir einfach mal die Buggies hin, dann passt das. Das steht als nächstes an. Ähm, ja, hier die Leiste, hier kann man Kampffahrzeuge bauen, Panzer, was kommt da jetzt noch hin? Äh, das werdet ihr jetzt sehen, Flammenpanzer, BM-Bauhöfe, die, die, die Fahrzeuge unaufsgebaut. Dann gibt's hier dann die Gebäude, Kraftwerk, Infanteriegebäude, Produktionsgebäude. Hier gibt's Verteidigung und ich weiß gar nicht, was da hinten ist. Luftwaffe, genau, Luftwaffe. Feindliche Einheiten in Sicht. Und dann seht ihr hier jetzt noch, dass man die Gebäude entsprechend upgraden kann, oder die Fahrzeuge. Äh, Moment, hier ging nochmal der Rückzug. Äh, ja, das gibt's nämlich auch hier, die Rückwärtsbewegung. Die wurde erst mit diesem Teil eingeführt. Los, los! Dass man, wenn man, so, weil man weiß ja, dass die Panzer vorne am stärksten gepanzert sind. Und hinten am spästchen, wenn man jetzt auf dem Rückzug ist, dann dringen die immer automatisch dann die Rückseite nach vorne. Zum Angreifen sind dann noch verwundbarer. Und hier wurde jetzt eben der, der Sofretzfahren eingeführt. Das sieht dann so aus. So, dann kümmern wir uns ja erstmal um die hier. Ja, äh, die kann man dann in verschiedenen Gebäuden ausbauen. Das hier sind die sogenannten Tiberium-Türme. Da muss man dann noch ein paar Ingenieure bauen. Äh, erstmal einen. Äh, das sind in Command & Conquer Alarm-Stuff-Fort 1 und 2 und 3 sind das jetzt Öl-Plattformen. Und die Tiberium-Türme wurden erst mit Tiberium-Türme eingeführt. Und die bringen eben immer 750 und dann immer 25. Also ist eine gute Einnahmequelle. Äh, dann gibt's, habt ihr gerade gehört, Geheimdienst-Akten wurden aktualisiert. Äh, ja, warum fässt du nicht rückwärts? Ähm. Ja. Äh, die Geheimdienst-Akten sind hier oben. Hier sind da alle möglicherweise ein Cain's Arsenal. Ihr seht, ich hab das Spiel schon mal durchgespielt. Ich hab hier bei Not-Feld-Aufklärung hab ich schon alles. Die Doktrin, Tiberium-Ernte und Raffinerierung. Die Kanonen des Amazonas. Transport anfordern. Die globale Invasion. Ja. Und so weiter. Das kommt dann alles später noch dazu. Kann ich irgendwie helfen? Befreude besetzt. Bonus-Ziel erreicht. Ja. Und so und so weiter. Später gibt's dann hier noch so, ähm, Multifähigkeiten. Feindliche Einheiten in Sicht. Ja, und dann fangen wir jetzt mal an, das Nord-Logistik-Zentrum hier zu zerstören. Nord-Nord sind die Motorräder in eine gute Luftabwehr. Nord-Nord ist bereit. Und schöne Aufklärungseinheiten, weil die schön wendig sind. Ja. Feindliche Einheiten in Sicht. Ha, ha, suchen wir sie. Nord-Nord ist bereit. Ich hab was für sie. Los, los. Dann mischt die mal auf. Wo sind die Feinde? Weiterfeuern. Nord-Nord ist bereit. Und jetzt ein Stück zurück. So, und zurück. Und zurück. Ich glaub hier war das jetzt auch das erste Mal, dass ihr keine Einzelsoldaten kommt, sondern so eine Gruppe direkt. Kämpfer durchladen. Aufgemacht. Nord-Nord muss es bereit. Kämpfer durchladen. Nieder mit den Unterdrückern. Wir verschwenden Zeit. So. Ja, bin bereit. Mit STRG und dann einer Ziffer kann man die Einheiten gruppieren. Gehen wir auf die Jagd. So, die Grafen das schon mal an. Wir werden euch fertig. Mit erhobenen Waffen. Einheit wird angegriffen. Verschulden. Okay. Los, los. Soldaten. Jetzt kann euch nichts mehr retten. Mit erhobenen Waffen. Mit dem A-Klick kann man einen kämpfenden, einen kämpfenden Vormarschbefehl. Auf dem Weg dann zum Ziel greifen die dann alles an, was sich bewegt von den Gegnern. Macht sich Platz. Nieder mit der GDI. Ja, es gibt auch so etwas wie Friendly Fire hier. Verschulden. Verschulden. Keine. Einschränkstil erreicht. Ja. Los. Das wird die GDI wach wird jetzt. Ausbildung. Haha, super gestattet. Nieder mit der GDI. Das Weiße Haus wird von GDI Produktionsgebäuden gehalten. Zerstören Sie diese und die umliegenden GDI Truppen, um das Weiße Haus im Namen von Nord einzunehmen. Also alles vernichten. Einheit wird angegriffen. Mit erhobenen Waffen. Okay. Nieder mit der GDI. Verschulden. The Brotherhood Trust. Ja, ähm, dieses Spiel kann man auch in englischer Sprache und das wird dann sogar in französische Sprache machen. Achtung, Commander. Die GDI Eingrachtruppe kommt schnell näher. Sie benutzen V-35er für ihre Luftangriffe. Also kümmern Sie sich schnell um Ihre Luftabwehr. Kommander. Zusätzliche Truppen nähern sich von Südwesten. Attacke. Ja, die Nordmods bewegen sich nicht so mehr durchs Spiel. Einheit befördert. Sie sollen knien vor uns. Jetzt kann euch nichts mehr retten. Ja. Nordmod ist bereit. Angriff. Mit ihren Nordmods und Raketentrupps können Sie die Ochs-Transporter abschießen. Postieren Sie sie in den Einflugschneisen der Transporter. Jawohl, Boss. Ausbildung. Kann ich irgendwie helfen? So, die werden jetzt gesetzt. Wir haben die Raketen. Was braucht die? Nordmod ist bereit. Ja, und man kann Sprengfallen legen an Gebäuden. Falls sie dann erobern. Einheit verloben. Falls sie dann erobern sollten. So, die Hohenbeizelben runter. Nordmod ist bereit. Gebäude besetzt. Einheit befördert. Angriff. Und keine. Und ab. Gebäude besetzt. Bonus Ziel erreicht. Los. So, jetzt sind die hier dran. Yeah. Commander. Zusätzliche Truppen nähern sich von Südosten. Ausbildung. Worauf warten wir noch? Ja, die Beförderungen sind hier sehr schön. Wir verschwenden Zeit. Wir haben die Raketen. Nordmod ist bereit. Hallo. Los. 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 Wir haben die Raketen. Raketen 1. Nordmod ist bereit. Dann ziehen wir uns da. Und dann machen wir direkt mal neue Truppen fertig. Nordmod ist bereit. Da kommen die wieder von oben runter. Kämpfer durchladen. Nieder mit den Unterdrückern. Kämpfer durchladen. Kämpfer durchladen. Dann holen wir sie mal vom Himmel runter. Leicht der Beute. Prams. Ihr seht da diese roten Strahlen dran bei einem Nordmod. Das sind die, die schon zweimal befördert wurden. Einheit wird angegriffen. Einheit verlobt. Rutsch. Ha ha. Entsatztruppen nähern sich von Westen. Ja, bin bereit. So, und rüber. Bereit. Und die gehen da rüber. Ja. Wir verschwenden Zeit. Wir kämpfen für die Erregung. Vorwärts. Also es gibt ja auch noch den Teil Tiberien-Pand. Der wird oft als C-3 bezeichnet. Offiziell ist es aber nicht. Offiziell ist das jetzt, der Protokoll. Einheit wird angegriffen. Was ihr eh dazu bewogen hat, das so zu machen, das weiß nur Gott. Was ist denn hier? Oh. Ist. Egal. Äh, da kommen wir nur in Barsuka-Infanterie. Achstatt halten. Mit der erhobenen Waffe. Kämpfer vorrücken. Ausbildung. Auf die Beine. GDI-Transporter nähern sich. Ja, Pustete vom Himmel. Gehen wir auf die Jagd. Attacke. Produsziel erreicht. Keine Gefangenen. Los. Unterstützt. Wird angegriffen. Los. Los. Wirkst du Landes nicht. Greif sie an. Notmodel ist bereit. Das sind so Power-Ups. Los. 1000 Credits. Raketen an. Commander. Entsatztruppen nähern sich von Osten. Notmodel ist bereit. Sie weichen nicht zurück. Sie weichen nicht zurück. So, wir brauchen mal die Notmodels da vorne. Machen wir mal einen schönen Mix an Truppen fertig. Und dann. Also bei den alten ZD-Teilen war es ja auch wirklich so, dass man einfach viele Panzer gebaut hat und dann einfach bei einem Eingang der Basis reingefahren ist und beim anderen wieder rausgefahren ist. Haltet die Augen offen. Aber das geht jetzt hier so einfach nicht mehr. Notmodel ist bereit. Da ist das Weiße Haus. Sucht eine gute Position. Gehen wir auf die Aktion. Wir haben die Raketen. Okay. Gehen wir auf die Aktion. Wir haben die Raketen. Ja. Kämpfer durchladen. Jetzt kann uns nichts mehr retten. Kämpfer durchladen. Ja, bin bereit. Dann holen wir sie mal vom Himmel runter. Oh. Kämpfer durchladen. Da kommen sie. Und. Feuer. Kämpfer durchladen. Ja, es gibt dieses Spiel als... Los, Kämpfer durchladen.